Die Kampenbahn wurde 1988 gerichtet, hat 30 Betriebsjahre hinter sich, ist eine unserer leistungsstärksten Anlagen im Skigebiet. Wir befinden uns wie gesagt auf 1924. Die Bergstation liegt auf 2852 Meter Seehöhe, überwinden also über 900 Meter Höhenunterschied und ist eine der leistungsstärksten Sesselbahnen, die es weltweit gibt. Angefangen haben wir mit dem Demontage bzw. Abbruch der alten Kampenbahn. Die wurde zusammengeschremt, teilweise gezwickt, die Saisen aussortiert und wurde dann durch den Brecher geladet und komplett recycelt. Das Recyclingmaterial, das gebrochen wurde, wird wieder zum Hinterfüllen hergenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ca. 214 Tonnen Stahl eingebaut und verarbeitet. Dazu kommen ca. 1400 Kubikmeter Beton, was eingebaut wurde. In sieben oder acht Arbeitstagen haben wir fast 2000 Quadratmeter Hohlwände versetzt. Neben der Seilbahntechnik ist auch ein neuer Gastronomieteil. Es wird ein Gastro-Teil errichtet. Ein Street-Food-Bereich soll eine eher jüngere Publikumsschicht ansprechen. Ebenfalls im Bereich Fimbatal ein neues Objekt, das hinzukommt, und zwar ca. 80 Höhenmeter oberhalb der derzeitigen Tagstation der Kampenbahn. Dort wird ein neues Bedienungsrestaurant entstehen, das ist die sogenannte Gampenalpe. Wir befinden uns auf der Gampenalpe. Im unteren Stock haben wir die Alm. Da kommen 50 Kühe, Einstellplätze sind da. Und jetzt befinden wir uns im Restaurant. Letztes Jahr im Herbst haben wir schon angefangen. Wir haben die Gülle und die Entmischungsrinnen gemacht. Und heute haben wir am 3. Mai angefangen. Heute haben wir ein bisschen Glück mit dem Wetter. Wir haben relativ gute Wetterphasen. Wenig Wind, was für einen Kran relativ wichtig ist. Und das lässt sich auch im Baufortschritt sehen. Wir sind relativ weit und liegen sehr gut im Zeitraum.